das waren so viele es geht weiter Mann ich hätte ich hätte nicht hätte gewogen wenn ich gewonnen hätte ich hätte den blauen weg tun wäre der Ball weg gewesen aber das macht sich so ein scheiß das Spiel so ein ich mache 8 und 1 ein Stürmer was war das? das war leder das verliert er glaube ich natürlich ich bin da ich bin einheitlich mehr gehabt 4 cm unter dem Rekord ok 1 2 2 4 5 7 8 5 Wenn er das jetzt verliert, dann habe ich gewonnen, dann ist der auch weg, aber das ist das Lächste auch hier wieder. Ihr seht hier nicht angezeigt, wo die Wumms sind. Das wird hier nicht angezeigt. Oh, ich bin die Sack, hast hier gelaufen. Ich habe ihn gesiegt. Ich habe ihn gesiegt. War ein fieser Weg, Leute, war ein fieser Weg. Ich habe ihn gesiegt. Ja, ich habe ihn gesiegt. Das könnte ich schaffen, ja. Blau ist jetzt auch weg. Der grünet auch nicht mehr viel. Wunderbar, hast du das beendet? Das ist die Witzfigur. Der hat nur 6 Münzen, diese Andrei. Er darf jetzt 2x Würfen? Nein! Der hat nur 6 Münzen. Sehr schön! Wunderbar! Oh, leider nicht genug! Ich muss erst mal ein bisschen erwischen, das ist schwieriger! Ja, jetzt kann ich sowas geben, dass ich ihn gar nicht mehr erwische, ja? Was ist da und hier rumlaufen? Und dann, was darf ich nicht immer weiter in München? Typ, bisschen fies jetzt! Aber ist doch unfair, das ist doch unfair! Sehr schön! Das ist gut! Jetzt erwische ich ihn! Ja! 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 Ja, das ist gut! Ja! 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 Teilnehmen, abstimmen, Kürze bewegen Okay Und bin ich links Hier hin Nice Verdammt, ich bin auch ein Einser, komm Verliere ich Ich bin auch ein Einser Teil Nein Nein Ach komm Nein 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 Ach komm Oh man Oh man So, als würde ich zum Hammerbrunnen für die noch mal Münzen Ach so, da stehen die, okay Ach komm Ach komm Ja, das ist... Komm, komm, wir sind wie eine 7 Ja, gut Nächster Versuch Nächster Versuch Ja, gut Komm, geh mal spielen, was ich gewinnen kann Nächster Versuch Tonadidio oder sowas Nein, irgendetwas, was ich gewinnen kann Nein 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 Ich versteh das nicht Ach so, wir sind hintereinander Okay, dann probieren wir jetzt mal Ich hab jetzt mal nur mal Training gemacht Ich hab jetzt mal nur mal Training gemacht Ich hab jetzt mal eine muss also hintereinander drücken nun haben wir vier hände dazu Ja. I'm gonna win! Damit haben wir's geschafft Leute. Damit haben wir's geschafft. Das ist beendet! Ich mach mal diese Witzfigur. Muss ich noch kein Bowser kämpfen. 100%ig. Verzeih mir Bowser. Wow, ist egal, der Kampf von gerade ist begonnen. Ach wirklich? Also freu dich nicht zu früh, Vario. Wir haben noch einiges auf Lager, Vario. Übrigens, Vario, weißt du eigentlich, was ich mir wünsche? Nein, weiß ich nicht. Du warst nicht gefragt. Cool. Wenn du nächste Runde gewinnst, dann verrate ich es dir. Cool. Das heißt, es geht zur nächsten Karte, Vario. Cool. bald. Das ist Karte davon ausgeübt. Du darfstいや zuhuhnen. Oh nein, ich liebe identification Wann in den Sinn ist ja nicht! Das war sagst du ihm sicher, dass es noch gar nicht gewinnert hat. Das ist aktuell im Stevenant gegen den Schatz. Ja. Ich habe nur mit dem Geb letten. 각watchfilter. Aber, dass du deine Scheiße gleich dazu gemacht hast. Das ist gar nicht mehr verändert. Hat sich den schönen Traum mit der Spielzeugfreunde gerettet. Aber Borsa scheint seine Clan schon nach einem anderen Traum auszustrecken. Bist du auf den nächsten Traum? Natürlich. Bitte mal beschütze unsere Träume. Dass wir tiefziehen oder so. Ich will weiterhelfen, wenn ich darf. Hau, hau, hau. Toad hätte früher spielen, wenn wir zwei in zwei spielen. Da hätte ich mir Toad, deswegen ist er dabei. Jetzt sei, dass ich den tiefste Traum zerstöre und dann lass ich meine eigene Bison mache. Bison mache. Du schon wieder mal, du wirst mich wohl aufhalten. Wurde aufhalten. Du meinst mir im Ernst. Aber ich schätze, dass ich mich immer noch nicht kämpfen. Das hat jetzt mit dem Mentional Mini-Bowser. Aufteilen. L. G. B. Gral. Raufwarte. Du glaubst nicht, du könntest zu widersiegen? Also wieder das, L, G und B. Seid, dass ihr könnt. Gral. G. Hier sind die Kapseln. Ja, natürlich. Eine Pilzkapsel? Okay. Okay. Oh. Egal. Ich meine, oh nein. Scheiße. Jetzt ist er. Wenn er gut anhängt. Das ist ja so schön. erschienen sind kacke jetzt ja da wisch ich keine doch könnte ich das ich habe das ich meine ich bin Doch. So. Was machen wir? Oh, das Labyrinth wieder. Das ist so eine Klicksache. Das ist kein Können, als Glück hier durchzukommen. Das ist so eine Leitung Hasen. Yok, was momentan hier ist, mein Traus ist. Das ist so eine Katastrophe. Das ist so eine Katastrophe. Ich habe noch eine Katastrophe. Ja, ich bin von oben, aber ich bin von oben, habe ich es noch geschafft. Ah, ich bin von oben und ich bin von oben und ich bin von oben, habe ich das gemacht. sagte ja ich muss beenden Leute ich sollte schweigen aber ich muss noch mehr fahren oder was ja wirklich beenden und ich muss noch nicht im Alter spielen können ob das jetzt wirklich gespeichert ist es müsste nur mal gespeichert werden es wäre scheiße wenn das jetzt nicht so wäre aber ja ja gut Leute dann wären wir hier jetzt ja wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und nicht vergessen wir müssen das Video kommentieren teilt mich abonnieren bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.